Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mälting-Kanal. Und zwar nehmen wir an der Altpieper-Auswahl teil. Wir freuen uns extrem drauf und neben unserem M3 kommt aber noch ein Auto mit. Seid gespannt, hier kommt er. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind immer noch in München, Leute. Wir haben es noch nicht geschafft, aber jetzt braucht ihr erstmal ein bisschen Futter. Dann geht's los. Gänsehaut. Also warte mal hier. Klar, wir müssen es auch machen, Mensch. Jetzt da. Ja Leute, wir sind unterwegs, wie ihr seht. Ich freue mich auf die anderen. 40 Autos sind wir heute. 40 High Performance Cars. Ich bin echt gespannt, wer dabei ist und vor allem mit welchen Fahrzeugen sie dabei sind. Ja, und dann geht's auch schon in Richtung Berge. Ich freue mich auf die Passstraßen. Ja, wir nehmen euch mit. Ich freue mich. Mensch, sagst du dir echt? Irgendwann bin ich zu klein oder? So. Let's go! Das sind 40, gell? Freundchen. Einschneiden! Let's go! Guckuck! Ihr seid gerade live! Live? Ja! Ja, Mann! Wo denn live? Nein, Schmarrn. Wir nehmen einen Vlog auf für YouTube. Ja? Ja. Das Auto hat nichts damit zu tun, oder? Nein, nein. Ist das Kanal oder wie? Ja, freilich. Ja, freilich. Und dann bin ich dabei, oder? Cool. Ja. Dann sind wir auch mal auf der ProbeV vorbei. Ja, würde mich freuen. Servus. In München. In München. Jawohl, Mailteam. Mailteam. Wo? Mailteam. Mailteam. Jawohl. Ja, Sie? Dankeschön. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, grüß Gott. So, Leute. Angekommen. Jetzt geht's zum Mittagessen. Ich freue mich. Die Fahrt war mega. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich echt gespannt, was für Fahrzeuge schon da sind. Kommt mit. Mach da mal wieder runter hier. Ist ja richtig Bus-Mode. Menschen, haben wir den da? Leute. Ricardo. Ich finde seine Folie mega. Sieht richtig, richtig gut aus. Grüße hier raus. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal folgen und abonnieren. Er macht echt coole Videos. Haha. Was ist das so geil? Oh, mein Gott. Ich sterbe. Das ist so krass. Ich sterbe. Das ist so krass. Das ist so krass. Ich glaube, es gibt echt Schöneres als wirklich rum. In den Berg zum Auto zu fahren. Ich sag's dir. Es ist gerade für mich Urlaub. Mega. Ja. Ja. Pferdchen. Oh mein Gott. Oh, sind sie schön. Oh. Bitte bleibt kurz stehen. Oh mein Gott. Es ist schön. Es ist schön. Wahnsinn. Das ist Natur. Keine Gerne, was. Gummis. So Leute, jetzt brauchen wir wieder Futter. Erst haben wir gegessen und jetzt essen unsere Autos. Hast du echt früchte gegessen? Ja, sorry. Vorhin gönnt er sich einen Schnitzel und jetzt ist der Himbeer. Ja, ich habe Salat gegessen. Ich habe einen Salat. Besser ist es. Warum? Dann pass du dich in deine Scheinsitze reinhuben. Ja, ich pass direkt rein. Ich versuch' den Bältem abzuehen. Ja, ich versuch' den Bältem abzuehen. Ja, ich versuch' den Bältem abzuehen. Ich bin noch so vollständig, ich hab keinen Fehler sein. Wir geben ihm! Wirka, let's go! Vor lauter Aufnahme machen, haben wir jetzt natürlich die anderen verpasst. Ja. Maiten, lost hier in den Bergen, da sehe ich uns, da sehe ich ein neues. Irgendwann werden wir die schon wieder finden, würde ich jetzt sagen, gah, aber schön hier. Hey, der dreht einfach hoch, unfassbar, krank, kranker Scheiß. So Leute, Tag 1 ist fast geschafft, wir sind gerade im Iran angekommen. Wie ihr seht, stehen unsere Fahrzeuge hier schon bereit für den morgigen Tag, darauf freuen wir uns sehr. Jetzt heißt es erstmal entspannen und ausruhen. Bis morgen! Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben! Wir starten in den zweiten Tag der Altenführer-Ausfahrt, die einem bricht zu Gott in Sonne scheint. Ja, der Labo muss heute leider hierbleiben. Schade, Schokolade! Ich will kurz nur sagen, der muss hierbleiben, weil sie hat sich letztens das Auto genauer angeguckt, seitdem ich hier bin. Also, danke schön. Das stimmt natürlich nicht. Also, let's go! Wir werden zusammen gegen den Weg zum Schaden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir werden den Abend hier schön ausklingen lassen und morgen den Tag hier nochmal genießen, bevor es ab Sonntag über der Teilhöhle zurück nach München geht. Danke an Alpenfieber. Es war eine mega geile Ausfahrt. Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal ja auch dabei. Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal. Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal. Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal.